Meine Amo, meine Amo, meine Amo! Oh man, 4 Schuss. Hier liegt noch was, oder? Wäre geil, wenn der jetzt abkackt. Wenn der jetzt abstürzt. Hier ist noch weg. Hol der jetzt den Tresor, oder? Den Tresor, oder? Hier, komm her! Amo, Amo, Amo! Komm her! Hier geht's! Hä? Nee, nee! Wir haben ja keine Amo. Und doch, ich hab voll einen waschen. Geil, ist doch keiner. Hinter dir. Ja, an der Seite ist er. Ja, hinter dir war es. Ja. Wo sollen wir hin? Keine Ahnung. Was geht? Boah, fuck, sind das viele. Wir sollten auch nicht zu hören. Ja, wir müssen noch mal rein. What the... Da müssen wir jetzt alle hochheben. Runter, runter, komm. Ja. Oh, alt. Nichts. Ach, ich hasse jetzt, wenn man das... Wenn man einmal sprintet, zack. Wie viele Nahrten da fehlt. Ja, komm runter. Kaum noch Schuss. Ey, kann er nicht sein. Hinter dir kannst du einen Mundi holen. Wo? Wo kann ich mehr hinter den Mundi holen? Da liegt das Pack. Kann ja außen runter, übrigens. Hä? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wir sind ein zweiter Start. Dritter Start. Hier. Wir werden gar nicht weiter vermissen. Hä? Was? Wie? Der Zugschrauberdachteilung. Der Zugschrauber. Aber Dach... Wo müssen wir denn jetzt hin? So. Okay. Steht doch links oben. Oh, Junge, ich bin allein hier. Wo ist der WQ? Wo ist der WQ? Wo ist der WQ? Wo ist der WQ? Ich hab keine Mundi mehr. Darfst du? Ja, mit der Überlebung. Immer schön mit E umhauen. Er ist downhauen oder was? Da kommt einer hinter dir. Ja, er holt jetzt mit dem Tresor ab. Und... Und hier? Ja, und jetzt? Ja, kein Problem. Kellertür. Zur Seitenstraße. Warum sollte man noch mit dem Heli wegfliegen, ne? Hm. Lass den mal saven. Äh, wo müssen wir hin? Runter, ne? Ja, unten. Da ist auch nochmal Ammo. Äh, komm. Dann schnell runter hier. Komm. Komm, auf dein Seite. Link um die Ecke. Da sind so viele, Mann. Unten? Ja. Oh ja. Wo, 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 wo! Okay, schön. Schnell runter. Schnell runter. Fucking down. Die Reife. Hier ist keiner. Die Reife schnell. Pass auf, dass du ihn nicht so hinstellst, dass die von außen schießen können. Naja, das ist nicht so schlimm. Oh fuck. Scheiße, Bulldozer. Ja. Kannst du es? Naja, schon. Warte, Bulldozer ist noch hinter mir. Wir sind außen. Ja, ich bin down. Bulldozer kommt. Ich hab keine Muni mehr. Ich kann nicht mehr. Schnell kommt da raus. Oh oh. Du Scheiße. Ja, hör auf. Alter, hör das Ding auf. Oha. Überfall erfolgreich. Ja. Ja. Und das war normal. Ja. Was. Dann werde ich mal das Spiel ausmachen. Ja, bockt irgendwie nicht so. Naja. Ja, die hätten so viel rausholen können, hätten die geile, also besseres Recoil und so was. Ja. Fühlt sich irgendwie scheiße an. Fühlt sich an wie scheiße. Ja, der heißt. Hat so eine gute Grafik, aber irgendwie das Spielprinzip, äh, wir sind nicht so überzeugend.